Boo it yourself, a Halloween-themed Mix-and-Match-Ephemera-Pack for Junk Journals, Glue Books and Mixed-Media-Projekts. Boo it yourself, ein Mix-and-Match-Ephemera-Pack für dein Halloween-Journal, dein Art-Journal und deine Mixed-Media-Projekte. Mix and match creepy Characters and Accessoires to create your own Halloween-Scenes. Kombiniere gruselige Charaktere und Accessoires, um deine eigenen Halloween-Szenen zu gestalten. Hallo ihr Lieben, Luise Heinzel hier. Heute liegt mal wieder mein Halloween-Journal auf meinem Tisch. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr dieses spezielle Cover machen könnt. Und heute möchte ich euch den ersten gruseligen Charakter in diesem Journal vorstellen. Viel Spaß! Hi, this is Luise Heinzel and in my last video I showed you how I made this creepy Halloween-Journal-Cover. And today I would like to introduce you to my first Halloween-Character, that I created with my new ephemera-Pack, that's called Boo it yourself. So it's a fuzzy-cut kind of ephemera-Pack and it's really, really versatile, as you would see in this video and in the future videos. So enjoy this process and perhaps you would like to do it yourself. Im letzten Video habe ich euch schon gezeigt, wie ich diese erste Seite angefangen habe. Ich habe da einfach nur so ein paar Collagen-Elemente im Hintergrund und ein bisschen Brush-O-Farbe, ein bisschen Wasser-Farbe, sodass eben dieses etwas eigenartige Gebilde eines Baums und eines Hintergrundes entsteht. Und weil das Cover vorne so gerissen ist, ist es natürlich jetzt so, dass ich gerne einen Zusammenhang haben möchte zwischen diesem Vorder-Cover und dieser ersten, in Anführungsstrichen, Seite, also dieser Doppelseite, wobei ja die linke Seite nicht ganz vollständig ist. Und genau das war auch das Problem, oder was heißt Problem? Die Herausforderung für diesen Prozess, weil ich gerne wollte, dass das alles eine Einheit bildet, wenn man das aufschlägt. Deswegen habe ich erstmal versucht, hier mit den gleichen Brush-O-Farben und ein paar Sternchen diesmal so eine Art Übergang zu dem anderen Hintergrund hinzukriegen. So, as you could see in my last video, I made this cover and this first double page, so the beginning of this first double page with this tree and the background and that stuff and this collaging in the background. And for today, I decided to bring this whole thing together. So, I made some stars, as you could see there, with a stencil and then I went over it with my Brush-O-Colors, the same colors that I used in the first step on the right side there, on the right top corner, sorry. And I tried to get a bridge between these two pages, but I also wanted to have something of this brownie vintage thing left. Wenn ihr so etwas selber mal ausprobieren wollt, dann achtet bitte unbedingt darauf, dass die einzelnen Schichten des Hintergrundes komplett getrocknet sind, bevor ihr weitermacht. Ich habe mir jetzt hier als nächstes die einzelnen Elemente aus meinem Kit genommen. Ihr könnt da die Körper und die Köpfe kombinieren, wie ihr möchtet. Das habe ich mir schon mal vorher alles ausgeschnitten, dass es mir leichter fällt, zu vergleichen, aneinander zu legen und zu entscheiden, wie mein Charakter aussehen soll. Hier zeige ich euch verschiedene Möglichkeiten und zeige euch auch die verschiedenen Elemente, die in diesem Kit vorhanden sind, sodass ihr sehen könnt, wie viele Möglichkeiten es gibt, das Ganze zu kombinieren. Ich habe mir jetzt erstmal versucht, einen Körper zu wählen, der irgendwie zu dem Hintergrund gut passt und der sich in den Hintergrund gut einfügt, sodass später das komplette Bild, in Anführungsstrichen, was auf dieser Seite entstehen soll, eine Einheit, eine Harmonie ergibt. So, if you want to try this by yourself, please make sure that the background and the different layers of the background are completely dry before you start collaging the next elements, in this case, this character that I created from my Kit. So, here I show you different possibilities. In this Kit, there you have different bodies and heads that you can cut and you can combine them like you want them. So, on the paper sheets, you have these bodies and the heads together, but you can cut them, as you can see here, and combine them with the different elements from the Kit. I pre-cut everything, so that I can see what I have there. I have everything on my desk, so that it's really a fun play and it was a really fun time to combine these things. So, of course, you can glue the different elements as they are. But I decided to distress them a little bit, to give them a bit more vintage look and a little bit more of a dimension and that stuff. So, of course, you can do it like you want it. You can also go around it with a black pen or with a white Posca pen or something like that to make a, yeah, something like a mixed media, art journaling, that kind of stuff. You know what I mean. I have now these different elements with this Distress Ink and Distress Oxide Ink a little bit on alt. getrimmed. Einerseits, dass es ein bisschen vintage aussieht, weil ja im Hintergrund auch diese Vintage Farben sind. Dieses bräunliche, was auch von dem Kaffee gekommen ist. Und zum anderen habe ich das deshalb gemacht, damit diese einzelnen Elemente etwas mehr hervorstechen, dass sie ein bisschen dreidimensionaler aussehen. Das ist ein schöner Effekt, wenn ihr das ein bisschen geübt habt und mit dieser Distress Ink außen an diesen Teilen entlang geht. Dann könnt ihr nochmal, ja, so eine ganz andere Dimension in diese Collage reinbringen. Sodass ein bisschen der Eindruck entsteht, als wenn Licht und Schatten in dieser ganzen Komposition auf eurer Seite vorherrschen. Diesen Fledermausflügel habe ich bewusst mit dem weißen Rand ausgeschnitten. Ihr könnt ihn natürlich auch komplett auf der Linie des Flügels ausschneiden. Aber ich wollte erstens für dieses Video zeigen, was es für unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Und es bringt natürlich ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, Leben in diese ganze Seite. Wenn ihr das nicht alles gleichmäßig ausschneidet und vielleicht manche Teile mit dem weißen Rand ausschneidet und manche Teile ohne den weißen Rand. Für den Körper und den Kopf dieser Figuren macht es natürlich keinen Sinn, einen weißen Rand zu lassen. Denn sonst hätte die Figur ja am Hals da so ein kleines Problem. Deswegen habe ich auch da nur so eine schwarze Linie gemacht in dem Printable, dass ihr einfach den Kopf vom Körper trennen könnt und den dann später, ja, in einer Einheit wieder aufsetzen könnt. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist halt nicht so eine weiße Linie. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, dann habe ich mir überlegt, dass ich möchte, dass diese Eulen-Fledermaus-gruselige Figur aus diesem Cover rausguckt sozusagen. Also hinter dieser abgerissenen Spielkarte sollen diese Augen sein. Ich habe ziemlich lange hin und her überlegt, wie ich das machen könnte, dass es wirklich, ja, komplett eine Einheit ergibt. Also ich wollte, dass die erste Seite, wenn man auf dieses Journal guckt, eine Einheit gibt und wenn ich es aufschlage, habe ich auf der Doppelseite auch eine Einheit. Das war ein bisschen friemelig, aber ich muss sagen, es war auch sehr interessant, dieses auszuprobieren und hin und her zu schieben. Manchmal machen kleine Millimeter-Versatz schon so viel aus. Ich hoffe, dass man das im Video einigermaßen erkennen kann, weil der Eindruck dieses Eulenkopfes hinter dieser Seite ist dann plötzlich ein ganz anderer, wenn ihr das ein bisschen hin und her verschiebt. Ja, ich hoffe, das macht Sinn, was ich hier erzähle. So in the next step, I tried to find the right position for this creepy character. So I wanted to have this head of this owl looking behind this, yeah, this first page. And I tried to find the right position so that the eyes can be seen when the journal is closed, but at the same time that you can't see too much when you look at the journal the first time. So I wanted to have a little bit something of a spooky feeling on this first, yeah, on this first page. So on the first and the second page, I don't know how to explain that, you know what I mean. And I struggled a little bit around with the position of this head, but it was also a great experience to make this and to think about it really carefully and to, yeah, to be in this process and to be in this situation, to take something from this process for me for, yeah, it was something like a meditation as well, because when it's glued, it's there forever. So I tried to do this step really carefully and then I, yeah, was satisfied with the position of this head and then I glued it with some matte medium. I think for this kind of collage, this is a perfect medium because on the one hand, it glues your stuff really well. It will stay there forever. Nothing will come off of the page. And on the other hand, you can put some of this matte medium on top of this prints. So when you have printed them with your printer at home, then you can glue them with a matte medium and you can also put a layer of matte medium on top. So when you want to use water, water color or any other water-based mediums in the next step, nothing will happen with your printout. So nothing will smear around the ink of your printer. On the paper will stay where it is. And that's for me a really cool thing, so that you can layer your page with as many layers as you want it. Ich habe das jetzt mit matte medium aufgeklebt. Neulich hat mich mal jemand gefragt, was ist denn eigentlich matte medium? Normalerweise wird das im Bereich der Acrylmalerei eingesetzt für verschiedene Zwecke, aber es ist für so eine Mixed-Media-Collage das perfekte Mittel für mich. Zum einen klebt das bombenfest, also wenn ihr ausgedruckte Teile oder Buchseiten oder Knöpfe, Stoff, alles mögliche aufkleben wollt, dann könnt ihr das mit diesem matte medium machen. Und wie ihr seht, man kann es auch mit dem Finger auftragen, man kann es sehr gut verteilen und die Sachen bleiben wirklich kleben, wo sie sind. Auch wenn es etwas dickere Materialien sind, es klebt Bombe, das fällt nicht ab. Das ist die eine Verwendung, die ich genial finde. Und die andere Sache ist die, wenn ihr jetzt zum Beispiel was Ausgedrucktes habt, wenn ihr ein Printable ausgedruckt habt, so wie in diesem Fall die Körperteile dieser Kreatur, dann könnt ihr auch eine dünne Schicht matte medium über diesen Ausdruck geben. Ihr habt das jetzt gerade gesehen, ich habe das einfach mit dem Finger gemacht. Und dadurch wird euer Ausdruck geschützt. Viele fragen mich, was kann ich auf Printable Seiten machen, wenn ich da zum Beispiel drauf malen will oder so. Ihr könntet zum Beispiel auch eine komplette Seite eines digitalen Papiers mit so einem matte medium bestreichen. Dieses trocknet jetzt wirklich auch relativ glatt, das gibt es auch übrigens in glänzend. Und dann könnt ihr alles mögliche da drauf machen, ohne dass euch die Druckertinte verschmiert. Und das ist für mich genial, weil dann kann ich Schicht für Schicht meine Sache aufbauen, meine Komposition auf dieser Seite erstellen. Und ich muss mir keine Gedanken darüber machen, was passiert, wenn ich jetzt da zum Beispiel noch Kaffee drauf werfen will. Was passiert, wenn ich zum Beispiel mit Wasser sprühen will. Wenn ich jetzt überlege, ich möchte noch Brush-O-Farben verwenden und dafür brauche ich auch Wasser, brauche ich mir keine Gedanken machen, wenn ich mein matte medium da oben drüber habe. Geniale Lösung, finde ich. So, on the left side, I have this little grey edge there on the bottom of the page and I wanted to make a little really tiny collage so that I have this brown color from the right side on my left side as well. And I also tried out some different things for the head, so some different kinds of hair and yeah, all that stuff that's available in this kit as well. Here you can see some different possibilities, how you could glue this. I came to the idea that I wanted to have this cat ears to this character because I thought that would fit really well with the background and all the other colors. Ich habe euch jetzt gerade noch verschiedene Möglichkeiten gezeigt, was ihr mit dem Kopf noch anstellen könnt. Es gibt in diesem Kit verschiedene Hüte, verschiedene Haare, Frisuren und so weiter. Ich habe mich dann aber doch für diese Katzenohren entschieden, weil die jetzt für diese Seite von den Farben her am besten zum Hintergrund gepasst haben. Und auch dieses kleine Collage-Element auf der linken Seite mit diesen Zahlen da, ja, das hat mir irgendwie ganz gut zusammengepasst und ich wollte jetzt in diesem Farbschema bleiben und nicht irgendwelche knalligen, poppigen Farben da einbringen, weil ich gedacht habe, das passt dann einfach nicht so gut zusammen und dann wäre mir das ein bisschen zu sehr aus dem Rahmen gefallen. Also, ja, Farbpalette einhalten, die man sich vorher überlegt hat, ist manchmal nicht ganz so verkehrt für das Ergebnis. Also, so sieht das jetzt aus. Das habe ich auch mit Mati-Medium einfach aufgeklebt und noch ein bisschen da oben über die Ohren drüber getan. Ja, weil ich immer nicht so ganz genau weiß, was noch im nächsten Schritt passieren wird. Sicher ist sicher. Und während ich das auf der linken Seite dann kollagiert habe, wirklich nur so ein ganz kleines Mini-Cluster habe ich da gemacht, konnte das dann auf der anderen Seite trocknen. So kann man sich auch die Arbeit so ein bisschen erleichtern, indem man so von links nach rechts und quer über die Seite springt, einen Teil trocknen lässt, an der anderen Seite weitermacht. Das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mein Prozess, den ich gerne so mache, weil ich dann auch besser sehe, was ich da eigentlich tue. Das Ganze kann ein bisschen wirken und dann kann ich mir überlegen, was ich als nächstes machen möchte. Als letztes habe ich dann die Seite noch mit diesem wasserlöslichen, mit dieser wasserlöslichen Ölpastellkreide so ein bisschen schwarz gemacht, weil ich einfach so eine Kontur um die komplette Seite haben wollte. Das könnt ihr einfach da drumherum so kritzeln, wie ihr hier seht, und dann mit dem Finger oder mit Wasser verstreichen. So in the last step, I took this Marabou Art Crayon. It's a water-soluble Ölpastell Crayon and you can scribble around this whole stuff where you want to have it a little bit darker, some kind of shading and then smear it with your finger. So I will show you some pictures of the finished page in a second. If you enjoyed this, please consider to subscribe to my channel and hit this little notification bell. Thank you very much for watching and see you the next time. Bye bye! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, bitte abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Und vielleicht seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich würde mich sehr freuen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch wie immer eine kreative Zeit. Habt viel Spaß mit dem, was ihr tut. Wenn ihr dieses Kit haben wollt, schaut unten in die Infobox. Dort ist das direkt verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss!